Seit Joachims Weggang saß Hans Castorp nicht mehr am Tische der Stör, nicht mehr an demjenigen, von dem Dr. Blumenkohl weggestorben war und an dem Marussia ihre unbegründete Heiterkeit im Apfelsinentüchlein erstickt hatte. Neue Gäste saßen jetzt dort völlig Fremde. Unser Freund aber hatte zweieinhalb Monate tief in sein zweites Jahr eingerückt, von der Verwaltung einen anderen Platz zugewiesen bekommen, an einem Nachbartische, der schräg vor dem Alten stand, weiter gegen die linke Verandatür, zwischen seinem ehemaligen und dem guten Russentisch, kurzum am Tisch Settembrinis, ja, an des Humanisten verwaisten Platze, saß Hans Castorp jetzt am Tischende, wiederum gegenüber dem Doktorsitz, der an jeder der sieben Tafeln dem Rufrat und seinem Famulus zum Hospitieren aufgesperrt blieb. Der Platz zu seiner Rechten war frei, war nur vorübergehend besetzt, nur einige Tage lang von einem Hospitanten, wie er es einst gewesen, einem Verwandtenbesuch, Gast aus dem Flachlande und Sendboten von dort, wie man sagen mochte, mit einem Worte von Hansens Onkel James Tienappel. Das war abenteuerlich, dass plötzlich ein Vertreter und Abgesandter der Heimat neben ihm saß, die Atmosphäre des alten, versunkenen, des früheren Lebens einer tiefliegenden Oberwelt, noch frisch im Gewebe seines englischen Anzugs tragend. Aber es hatte kommen müssen. Längst hatte Hans Castorp im Stillen mit einem solchen Vorstoß des Flachlandes gerechnet. Und so war denn Hans Castorp nicht im geringsten verblüfft, als knappe 14 Tage nach Joachims Abreise der Concierge ihm ein Telegramm überhändigte, das ahnungsvoll geöffnet sich als James Tienappels kurzfristige Anmeldung erwies. Er hatte auf Schweizer Buden zu tun und sich zu dem Gelegenheitsausflug in Hansens Höhe entschlossen. Übermorgen war er zu erwarten. »Gut«, dachte Hans Castorp. »Schön«, dachte er. »Und sogar etwas wie »Bitte sehr«, fügte er innerlich hinzu. »Wenn du eine Ahnung hättest«, sagte er in Gedanken, zu dem sich nähernden. Zinnoberruth, ohne Hut, im bloßen Anzug, stande am Rande des Bahnsteiges, als das Züglein einrollte, stand unter dem Fenster seines Verwandten und forderte ihn auf, nur immer herauszukommen, denn er sei da. Konsul Tienappel entstieg dem Abteil in überraschter Heiterkeit, die er in den etwas dünnen, sehr zivilisierten Formen des feinen nordwestdeutschen Herren verlautbarte, begrüßte den väterlichen Neffen unter betonten Ausdrücken der Genugtuung über sein vorzügliches Aussehen, sah sich vom Hinkenden aller Sorge um sein Gepäck überhoben und erkletterte draußen mit Hans Kastorp den hohen und harten Sitz ihres Gefährtes. Unter reichem Sternenhimmel fuhren sie dahin, und Hans Kastorp, den Kopf zurückgelegt und den Zeigefinger in der Luft, erläuterte dem Onkel Cousin die oberen Gefilde, fasste mit Wort und Gebärde ein und das andere funkelnde Sternbild zusammen und nannte Planeten bei Namen, während jener, aufmerksam mehr auf die Person seines Begleiters als auf den Kosmos, sich innerlich sagte, dass es zwar möglich sei und nicht geradezu verrückt anmute, jetzt, hier und sofort gerade von Sternen zu sprechen, dass aber doch manches andere näher gelegen hätte. »Seit wann er denn da oben so sicher Bescheid wisse?« fragte er Hans Kastorp, worauf dieser erwiderte, das sei ein Erwerb der abendlichen Liegekur auf dem Balkon im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. »Wie?« »Bei Nacht liege er auf dem Balkon.« »Oh ja.« »Und der Konsul werde es auch tun, es werde ihm nichts anderes übrig bleiben.« »Gewiss, selbstverständlich«, sagte James Tienappel entgegenkommend und etwas eingeschüchtert. Sein Pflegebruder sprach ruhig und eintönig. Ohne Hut, ohne Paletot, saß er neben ihm in der frostnahen Frische des Herbstabends. »Dich friert wohl gar nicht«, fragte ihn James, denn er selbst zitterte unter dem zolldicken Tuch seines Mantels und seine Sprechweise hatte etwas zugleich Hastiges und Lahmes, da seine Zähne eine Neigung bekundeten, aneinanderzuschlagen. »Uns friert nicht«, antwortete Hans Kastorp ruhig und kurz. Der Konsul konnte ihn nicht genug von der Seite betrachten. Hans Kastorp erkundigte sich nicht nach den Verwandten und Bekannten zu Hause. Grüße von dort, die James übermittelte, auch diejenigen Joachims, der bereits beim Regiment sei und vor Glück und Stolz leuchte, empfing er ruhig dankend, ohne auf die Umstände der Heimat weiter einzugehen. Beunruhigt durch ein unbestimmtes Etwas, von dem er sich nicht zu sagen wußte, ob es von dem Neffen ausging oder etwa in ihm selbst, dem physischen Befinden des Reisenden, seinen Ursprung habe, blickte James umher, ohne von der Hochtallandschaft viel erkennen zu können, und zog tief die Luft ein, die er ausatmend für herrlich erklärte. »Gewiß«, antwortete der andere, »nicht umsonst sei sie ja weit berühmt. Sie habe starke Eigenschaften. Obgleich sie die Allgemeinverbrennung beschleunige, setze der Körper in ihr doch Eiweiß an. Krankheiten, die jeder Mensch latent in sich trage, sei sie zu heilen imstande. Doch befördere sie sie zunächst einmal kräftig, bringe sie Vermöge eines allgemeinen organischen An- und Auftriebes sozusagen zu festlichem Ausbruch. Er möge erlauben, festlich, allerdings, ob jener nie bemerkt habe, dass der Ausbruch einer Krankheit etwas Festliches habe, eine Art Körperlustbarkeit darstelle. »Gewiß, selbstverständlich«, hastete der Onkel mit unbeherrschtem Unterkiefer und teilte dann mit, dass er acht Tage bleiben könne, das heißt eine Woche, sieben Tage also, vielleicht auch nur sechs. Da er, wie gesagt, Hans Castorps Aussehen dank einem Kuraufenthalt, der sich ja über alles Erwarten in die Länge gezogen habe, hervorragend gut und gekräftigt finde, nehme er an, dass der Neffe gleich mit ihm hinunter nach Hause fahren werde. »Na, na, nur nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand«, sagte Hans Castorps. »Onkel James rede recht wie einer von unten. Er solle sich hier bei uns nur erst mal ein bisschen umsehen und einleben. Dann werde er seine Ideen schon ändern. Es komme auf restlose Heilung an. Die Restlosigkeit sei das Entscheidende. Und ein halbes Jahr habe Behrens ihm neulich noch aufgebrummt. Hier redete der Onkel ihn mit Junge an und fragte, ob er verrückt sei. »Bist du denn ganz verrückt?«, fragte er. »Ein Ferienaufenthalt von fünf Vierteljahren sei das nachgerade. Und nun noch ein halbes? Man habe in des Allmächtigen Gottesnamen doch nicht so viel Zeit.« Da lachte Hans Castorps ruhig und kurz zu den Sternen empor. »Ja, Zeit! Was nun gerade diese betreffe, die menschliche Zeit, so werde James seine mitgebrachten Begriffe zuallererst revidieren müssen, bevor er hier oben darüber mitrede. Er werde in Hansens Interesse schon morgen ein ernstes Wörtchen mit dem Herrn Hofrat reden,« versprach Tienappel. »Das tu,« sagte Hans Castorps, »er wird dir gefallen, ein interessanter Charakter, forsch und melancholisch zugleich.« Und dann wies er auf die Lichter von Sanatorium Schatzalp hin und erzählte beiläufig von den Leichen, die man die Bobbahn hinunterbeförderte. Die Herren speisten zusammen im Berghof-Restaurant, nachdem Hans Castorps den Gast in Joachims Zimmer eingeführt und ihm Gelegenheit gegeben hatte, sich etwas zu erfrischen. »Mit H2CO sei das Zimmer geräuchert worden,« sagte Hans Castorps. »Ebenso gründlich, wie wenn nicht wilde Abreise von dort gehalten worden wäre, sondern eine ganz andere. Kein Exodus, sondern ein Exitus.« Und da der Onkel sich nach dem Sinn erkundigte, »Jargon«, sagte der Neffe, »ausdrucksweise«, sagte er, »Joachim ist desertiert, zur Fahne desertiert, das gibt es auch. Aber mach, damit du noch warmes Essen bekommst.« Und so saßen sie denn im behaglich erwärmten Restaurant einander gegenüber an erhöhtem Platz. Die Zwergin bediente sie hurtig, und James ließ eine Flasche Burgunder kommen, die in einem Körbchen liegend aufgestellt wurde. Von heimatlichen Dingen war nicht die Rede, weder von persönlich familiären, noch städtischen, noch geschäftlichen, noch von der Firma Tander und Wilms, Schiffswerft, Maschinenfabrik und Kesselschmiede, die immer noch auf den Eintritt des jungen Praktikanten wartete, was aber natürlich so wenig ihre einzige Beschäftigung war, dass man sich fragen mochte, ob sie überhaupt noch wartete. James T. Nappel hatte wohl alle diese Gegenstände während der Wagenfahrt und später berührt, aber sie waren zu Buden gefallen und totliegen geblieben, abgeprallt von Hans Castorps ruhiger, bestimmter und ungekünstelter Gleichgültigkeit, eine Art von Unberührbarkeit oder Gefeitheit, die an sein Unempfindlichsein gegen die herbstliche Abendkühle, an sein Wort »uns friert nicht« erinnerte, und vielleicht Ursache war, weshalb sein Onkel ihn manchmal so unverwandt betrachtete. Immerhin wurde ihm die übermächtige Reisemüdigkeit, deren Opfer er war, allmählich so deutlich, dass er schon gegen halb elf Uhr die Beendigung des Beisammenseins befürwortete und es innerlich wenig begrüßte, dass es in der Halle noch zu einer Begegnung mit dem mehrfach erwähnten Dr. Krokowski kam, der Zeitung lesend an der Tür eines Salons gesessen hatte und mit dem sein Neffe ihn bekannt machte. Auf die stämmig heitere Anrede des Doktors wußte er fast nichts anderes mehr als »gewiss selbstverständlich« zu erwidern und war froh, als sein Neffe sich mit der Ankündigung, er werde ihn morgen um acht Uhr zum Frühstück abholen, auf dem Balkonwege aus Joachims desinfiziertem Zimmer in sein eigenes Begeben hatte und er mit der gewohnten Gute-Nacht-Zigarette sich ins Bett des Fahnenflüchtlings fallen lassen konnte. Um ein Haar hätte er Feuersbrunst gestiftet, da er zweimal das glimmende Räucherwerk zwischen den Lippen in Schlaf verfiel. Am ersten Morgen nach dem Frühstück, bei welchem der Eingesessene den Hospitanten mit der Corona der Tischgenossenschaft bekannt gemacht hatte, erfuhr Tienappel von Hofrat Behrens, der lang und bunt, gefolgt von dem schwarzbleichen Assistenten, in den Saal gerudert kam, um mit seiner rhetorischen Morgenfrage fein geschlafen, flüchtig darin herumzustreichen, erfuhr er, sagen wir, vom Hofrate, nicht nur, dass es eine glanzvolle Bieridee von ihm gewesen sei, dem vereinsamten Neveu hier oben ein bisschen Gesellschaft zu leisten, sondern, dass er auch im ureigensten Interesse sehe, recht daran tue, da er ja offenbar total anämisch sei. Anämisch? Er? Tienappel? Na und ob, sagte Behrens und zog ihm mit dem Zeigefinger ein unteres Augenlid herunter. Hochgradig, sagte er. Der Herr Onkel werde direkt schlau handeln, wenn er es sich für ein paar Wochen hier auf seinem Balkon da Länge nach bequem mache und überhaupt in allen Stücken dem Vorbild seines Neffen nachstrebe. In seinem Zustande könne man gar nichts Aufgeweckteres tun, als mal eine Weile so zu leben, wie bei leichter Tuberkulosis pulmonum, die übrigens immer vorhanden sei. Gewiss ist es verständlich, sagte der Konsul rasch und blickte dem hochnackig davonrudernden, noch eine Weile eifrig höflich geöffneten Mundes nach, während sein Neffe gelassen und abgebrüht neben ihm stand. Dann traten sie den Lustwandel zur Bank an der Wasserrinne an, der das Gegebene war, und danach hielt James Tienappel seine erste Liegestunde, angeleitet von Hans Castorp, der ihm zum mitgebrachten Plait die eine seiner Kamelhaardecken lieh. Er selbst hatte ihn an Betracht des schönen Herbstwetters an einer reichlich genug und ihn in der überlieferten Kunst des sich Einwickelns Griff für Griff getreulich unterwies. Ja, er löste, nachdem er den Konsul schon zur Mumie gerundet und geglättet, alles noch einmal auf, um ihn auf eigener Hand und nur unter verbessernd einspringender Beihilfe die feststehende Prozedur wiederholen zu lassen und lehrte ihn, den Leinenschirm am Stuhl zu befestigen und gegen die Sonne zu richten. Der Konsul witzelte, noch war der Geist des Flachlandes stark in ihm und er machte sich lustig über das, was er da erlernte, wie er sich schon über den abgemessenen Lustwandel nach dem Frühstück lustig gemacht hatte. Aber als er das ruhig, verständnislose Lächeln sah, mit dem der Neffe seinen Scherzen begegnete und worin die ganze geschlossene Selbstgewissheit der Sittensphäre sich malte, da wurde ihm Angst. Er fürchtete für seine Geschäftsenergie und beschloss hastig, das entscheidende Gespräch mit dem Hofrat in Sachen seines Neffens sofort, baldmöglichst, schon diesen Nachmittag herbeizuführen, solange er noch Eigengeist, Kräfte von unten zuzusetzen hatte, denn er fühlte, dass diese schwanden, dass der Geist des Ortes mit seiner Wohlerzogenheit einen gefährlichen Feindesbund gegen sie bildete. Nichts konnte einleuchtender sein, als dass nach der ersten Liegekur das ausgiebige zweite Frühstück erfolgte, aus welchem der Lustwandel nach Platz hinunter überzeugend sich ergab, und danach wickelte Hans Castorp seinen Onkel wieder ein. Er wickelte ihn ein, das war das Wort. Zur Herbeiführung der unruhig erwünschten Unterredung mit Hofrat Behrens war der Dienstweg beschritten worden. Hans Castorp hatte beim Bademeister den Antrag gestellt und dieser in der Oberin weitergegeben, deren eigentümliche Bekanntschaft Konsultin Appel bei dieser Gelegenheit machte der Gestalt, dass sie auf seinem Balkon erschien, wo sie ihn liegend fand, und durch fremdartige Sitten die Wohlerzogenheit des hilflos Walzenförmig gewickelten stark in Anspruch nahm. Das geehrte Menschenskind, erfuhr er, möge sich gefälligst ein paar Tage gedulden. Der Hofrat sei besetzt. Und ob es sich nun bei seinem Antrag um eine Untersuchung oder um eine Privatunterhaltung handle, um letzteres selbstverständlich, um eine Privatunterhaltung, versicherte der Liegende, dann möge er warten, bis er Bescheid bekomme. Zu Privatunterhaltungen habe der Hofrat selten Zeit. Kurz alles ging anders, als James es sich gedacht hatte. Und das Gespräch mit der Oberin hatte seinem Gleichgewicht einen nachhaltigen Stoß versetzt, zu zivilisiert, um dem Neffen, dessen Einigkeit mit den Erscheinungen hier oben aus seiner unberührbaren Ruhe deutlich hervorging, unhöflicherweise zu sagen, wie abschreckend ihm das Frauenzimmer düngte, klopfte er nur vorsichtig mit der Erkundigung bei ihm an, die Oberin sei wohl eine recht originelle Dame. Was Hans Castorp, nachdem er flüchtig prüfend in die Luft geblickt, ihm halbwegs zugab, indem er die Frage zurückgab, ob die Mählendonk ihm ein Thermometer verkauft habe. »Nein, mir? Ist das Ihre Branche?« entgegnete der Onkel. Aber das Schlimme war, wie deutlich aus seines Neffen Miene hervorging, dass er sich auch dann nicht gewundert haben würde, wenn geschehen wäre, wonach er fragte. »Uns friert nicht«, stand in dieser Miene geschrieben. »Den Konsul aber fror. Ihn fror andauernd, bei heißem Kopfe, und er überlegte, dass wenn die Oberin ihm tatsächlich ein Thermometer angeboten hätte, er es gewiss zurückgewiesen haben würde, dass dies aber am Ende nicht richtig gewesen wäre, da man ein Fremdes, zum Beispiel das des Neffen, zivilisierterweise nicht benutzen konnte.« So vergingen einige Tage, vier oder fünf, und was die erstrebte Privatunterhaltung mit Hofrat Behrens betraf, so bekam er am sechsten Tage seinen Willen. Er wurde bestellt und stieg nach dem Frühstück, entschlossen ein ernstes Wort mit dem Manne wegen seines Neffen und dessen Zeitverbrauchs zu reden, ins Souterrain hinab. Als er wieder heraufkam, fragte er mit verminderter Stimme, »Hast du so etwas schon gehört?« Aber es war klar, dass Hans Castor bestimmt auch so etwas schon gehört habe, dass ihn auch dabei nicht frieren werde. Und so brach er ab und antwortete auf das Neffen wenig gespannte Gegenerkundigung, nur »Nichts«. »Nichts«, zeigte aber von Stund an eine neue Gewohnheit, nämlich mit zusammengezogenen Brauen und gespitzten Lippen irgendwohin schräg aufwärts zu spähen, dann in heftiger Wendung den Kopf herumzuwerfen und den beschriebenen Blick in die entgegengesetzte Richtung zu lenken. War auch die Unterredung mit Behrens anders verlaufen, als der Konsul gedacht hatte? War auf die Dauer nicht nur von Hans Castor, sondern auch von ihm selbst, James Tienappel, die Rede gewesen? So, dass dem Gespräch der Charakter als Privatunterhaltung verloren gegangen war? Sein Benehmen ließ darauf schließen. Der Konsul zeigte sich stark aufgeräumt, plauderte viel, lachte grundlos und stieß den Neffen mit der Faust in die Weiche, indem er ausrief, »Hallo, alter Bursche!« Zwischendurch hatte er jenen Blick dahin und dann plötzlich dorthin. Aber seine Augen gingen auch bestimmtere Wege, bei Tische wie auf den Dienstwegen und bei der Abendgeselligkeit. Der Konsul hatte einer gewissen Frau Redisch, Gattin eines polnischen Industriellen, die am Tische der zurzeit abwesenden Frau Salomon und des gefräßigen Schülers mit der Rundbrille saß, anfangs keine besondere Beachtung geschenkt und in der Tat war sie nur eine Liegehallen-Dame wie eine andere. Übrigens eine untersetzte und füllige Brünette, nicht mehr die jüngste, schon etwas angegraut, aber mit zierlichem Doppelkinn und lebhaften braunen Augen. Kein Gedanke daran, dass sie sich im Punkte der Zivilisation mit Frau Konsul Tienappel drunten im Flachlande hätte messen können. Allein am Sonntagabend nach dem Soutpee in der Halle hatte der Konsul, dank einem dekultierten, schwarzen Paillettenkleid, das sie trug, die Entdeckung gemacht, dass Frau Redisch Brüste besaß, mattweiße, stark zusammengepresste Weibesbrüste, deren Teilung ziemlich weit sichtbar gewesen war, und diese Entdeckung hatte den reifen und feinen Mann bis in den Grund seiner Seele erschüttert und begeistert, so als habe es eine völlig neue, ungeahnte und unerhörte Bewandtnis damit. Er suchte und machte Frau Redischs Bekanntschaft, unterhielt sich lange mit ihr, zuerst im Stehen, dann im Sitzen, und ging singend schlafen. Am nächsten Tage trug Frau Redisch kein schwarzes Paillettenkleid mehr, sondern war verhüllt, aber der Konsul wusste, was er wusste, und blieb seinen Eindrücken treu. Er suchte die Dame auf den Dienstwegen abzufangen, um sich plaudernd auf eine besondere, angelegentliche und charmante Art ihr zugewandt und zugeneigt neben ihr zu bewegen, trank ihr bei Tische zu, was sie erwiderte, indem sie lächelnd die Goldkapseln blitzen ließ, mit denen mehrere ihrer Zähne überkleidet waren, und erklärte sie im Gespräch mit seinem Neffen geradezu für ein göttliches Weib, worauf er wieder zu singen begann. Dies alles ließ Hans Castorp sich in ruhiger Nullsamkeit gefallen, mit einer Miene, als müsse es so sein. Aber die Autorität des älteren Verwandten konnte es wenig stärken, und mit des Konsuls Sendung stimmte es schlecht überein. Die Mahlzeit, bei der er Frau Redisch mit erhobenem Glase grüßte, und zwar zweimal, beim Fischragout und später beim Sorbet, war dieselbe, die Hofrat Behrens am Tische Hans Castorps und seines Gastes einnahm. Er hospitierte ja immer reihum an jedem der Sieben, und überall war das Gedeck an der oberen Schmalseite ihm vorbehalten. Die riesigen Hände vor seinem Teller gefaltet, saß er mit seinem geschürzten Bärtchen zwischen Herrn Wesal und dem mexikanischen Buckligen, mit dem er Spanisch sprach, denn er beherrschte alle Sprachen, auch Türkisch und Ungarisch, und sah mit blauquellenden, rot unterlaufenen Augen zu, wie Konsultin Appel Frau Redisch drüben mit seinem Burdu-Glase salutierte. Später im Laufe des Essens hielt der Hofrat einen kleinen Vortrag, angefeuert dazu durch James, der ihm über die ganze Länge des Tisches hin aus dem Stegreif die Frage vorlegte, wie es sei, wenn der Mensch verwese. Der Hofrat habe doch das Körperliche studiert. Der Körper sei ganz ausgesprochen seine Branche. Er sei sozusagen eine Art Körperfürst, wenn man sich so ausdrücken dürfe, und nun solle er mal erzählen, wie es so zugehe, wenn der Körper sich auflöse. »Vor allen Dingen platzt Ihnen der Bauch,« versetzte der Hofrat bei aufgelegten Ellbuben über seine gefalteten Hände gebeugt. »Sie liegen da, auf Ihren Hobelspänen und Ihrem Sägemehl, und die Gase, verstehen Sie, treiben Sie auf, Sie blähen Sie mächtig, so wie böse Bengels es mit Fröschen machen, denen Sie Luft einblasen. Der reine Ballon sind Sie schließlich. Und dann hält Ihre Bauchdecke die Hochspannung nicht mehr aus und platzt. Pardauts! Sie erleichtern sich merklich. Sie machen es wie Judas Ischariot, als er vom Aste fiel. Sie schütten sich aus. Tja, und danach sind Sie eigentlich wieder gesellschaftsfähig. Wenn Sie Urlaub bekämen, so könnten Sie Ihre Hinterbliebenen besuchen, ohne weiter Anstoß zu erregen. Man nennt das Ausgestunken haben. Begibt man sich danach an die Luft, so wird man noch wieder ein ganz feiner Kerl, wie die Bürger von Palermo, die in den Kellergängen der Kapuziner vor Porta Nuova hängen. Trocken und elegant hängen Sie da und genießen die allgemeine Achtung. Es kommt nur darauf an, ausgestunken zu haben. Selbstverständlich, sagte der Konsul. Ich danke verbindlichst. Und am nächsten Morgen war er verschwunden. Er war weg, verreist, mit dem allerfrühesten Züglein in die Ebene hinunter. Natürlich nicht ohne seine Angelegenheiten geordnet zu haben, wer käme auf andere Gedanken. Er hatte seine Rechnung bereinigt, für eine stattgehabte Untersuchung das Honorar erlegt, hatte in aller Stille, ohne seinem Verwandten ein Sterbenswörtchen zu sagen, seine beiden Handkoffer in Bereitschaft gesetzt. Wahrscheinlich war das abends oder gegen morgens so noch nachtschlafender Zeit geschehen. Und als Hans Castorp um die Stunde des ersten Frühstücks das Zimmer des Onkels betrat, fand er es geräumt. Mit eingestemmten Armen stand er und sagte, »So, so!« Hier war es, dass ein melancholisches Lächeln sich in seinen Zügen hervorbildete. »Ach so!« sagte er und nickte. Da hatte einer Fersengeld gegeben. Hals über Kopf, in stummer Eile, als müsse er die Entschlußkraft eines Augenblicks wahrnehmen und dürfe beileibe diesen Augenblick nicht verpassen, hatte er seine Sachen in die Koffer geworfen und war davon. Allein, nicht zu zweien, nicht nach Erfüllung seiner ehrenhaften Sendung, aber heilfroh, auch nur allein davonzukommen, der Biedermann und Flüchtling zur Flachlandsfahne, Onkel James. Na, glücklicher Reise!« Hans Castorp ließ niemanden merken, daß er von dem bevorstehenden Aufbruch des verwandten Besuches nichts gewußt hatte, besonders den Hinkenden nicht, der den Konsul zum Bahnhof begleitet. Er bekam eine Karte vom Budensee, des Inhaltes, James habe ein Telegramm erhalten, das ihn per sofort geschäftlich in die Ebene berufen habe. Er habe den Neffen nicht stören wollen. Eine Formlüge. Angenehmen Aufenthalt auch weiterhin. War das Spott? Dann war es ein recht erkünstelter Spott, fand Hans Castorp, denn dem Onkel war bestimmt nicht nach Spott und Spaß zu Sinn gewesen, als er sich in die Abreise gestürzt hatte, sondern er hatte wahrgenommen, innerlich und vorstellungsweise mit blassem Entsetzen wahrgenommen, dass, wenn er jetzt nach achttägigem Aufenthalte hier oben ins Flachland zurückkehrte, es ihm eine gute Weile dort unten völlig falsch, unnatürlich und unerlaubt scheinen werde, nach dem Frühstück keinen dienstlichen Lustwandel anzutreten und sich dann nicht auf rituelle Art in Decken gewickelt, waagerecht ins Freie zu legen, sondern stattdessen sein Kontor aufzusuchen. Und diese erschreckende Wahrnehmung war der unmittelbare Grund seiner Flucht gewesen. So endete der Versuch des Flachlandes, den außen gebliebenen Hans Castorp wieder einzuholen. Der junge Mann machte sich kein Hehl daraus, dass der vollkommene Fehlschlag, den er vorhergesehen, für sein Verhältnis zu denen dort unten von entscheidender Bedeutung war. Er bedeutete für das Flachland achselzuckend endgültigen Verzicht, für ihn aber die vollendete Freiheit, vor welcher sein Herz nachgerade nicht mehr erbebte. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!